hey leute und willkommen zu einer neuen folge micro bad wars mit mir dem torben aber ich bin nicht alleine sondern der tobias ist auch mit der b hallo tobias aber die tobias leckt nicht mehr hallo liebe freunde der seichten und torbigen unterhaltung leichten seichten unterhaltung hallo ich bin auf der kars so auf der kars gespielt werden sie alle wenns weg verrecken aber erst mal müssen wir sagen sie kennen damit ich alle besorgen können nein okay ich habe genug samen ganze hallo danke hat man bestimmt doch gar nicht also ne also hat man echt nicht gerade im moment echt ja nee also ja gerade geht es glaube ich auch noch ja ich gerade für mir auch ein bisschen geredet ich glaube es sieht auch ein bisschen am kommende server was mich ja immer ein bisschen an ekelt ist diese maps die wenn man sich in die mitte baut auf der höhe sind wenn man springt das blau wird und wenn man landet wieder schwarz das kotzt mich immer so ein bisschen an weil ich dann ernst auf dauer bist du gerade runtergefallen ja wegen dir ist das ein bisschen bitter ich verklopfe mal den geben wir ganz viel gold wegen die ihre nur weil es gibt okay ich habe den geld mit ganz viel gold verkloppt aber ich bin auch tot aber dafür ist fast kein gold mehr in der mitte gewesen super oder das bringt uns ja das bringt uns nichts und was bringt den anderen auch nichts ist das gute das muss ich aber auch das wow gesicht einblenden denkst du eh nicht dran doch ich warst den grünen gerade oh mein gott der grüne ist ja equipped aber ich bin jetzt gleich auch equipped wenn ich noch ein eisen bekomme danke das kam vom himmel runter gefallen ich spitze dürfte sowas oh mein gott ich kann zu grünen rennen wird verstanden wenn ich wenn du das schaust dann bist du der barbo ich warte schon mal auf die message ja ja ich habe es ist also dies geht direkt oh mein gott wie ist die märzigen weiten jetzt können wir sind doch in melsen ist mein spruch das ist es ist jetzt auf den t-shirts ist wieder weiter erneut sich aber auch einen grünen drückt aber ich mich ein problem der blau an zu uns blau an zu uns ich bin blau den blau und ich habe uns fünf Prozent ist gold gesetzt hier ich werfe es auf den boden ja ich brauche wo das aber nicht er macht es da. Ist mir zu viel Arbeit. Alter, ich kriege echt von diesen Maps, die blau und schwarz sind, Augenkrebs. Ohne Witz. Ich finde, das geht gar nicht, klar. Oh, oh, die sind ja zu zweit. Oh nein, ich bin tot, aber ich habe einen roten Folie-Kippen auch mitgezogen. Leider bin ich dann an irgendeinem Block fest, habe ich an irgendeinem Block festgehangen. Aber, ich denke, wenn ich mir jetzt nur eine Spitzhacke hole und die Hose, die du auf den Boden geschmissen hast, anziehe, könnten wir das eventuell zu schaffen. Du wirst es aber nur durch die Hose schaffen. Ich denke auch. Ah, du blockierst den ganzen hästigen Villager. Nee, warum? Du würdest dich gerne einladen, mit mir in die Mitte zu kommen. Diese Einladung nehme ich dankend an. Aber da steht ein Gelber, der mit einem Schwert bewaffnet ist. Alter, wie ich gar nicht treffe. Oh, oh. Leu, geh mir aus dem Bild. Aus dem Bild. Entschuldige. So, komm. Stürmen. Ich habe zwar kein Schwert, aber ich habe eine Steinscholz-Spitzhacke. Beef. Okay, ab zu Gelb. Bam. Oh, shit. Ich dachte, ich kick ihn. Sehr schön, Tobi. Gib ihm dick. Manno. Ease. Ja, der Gelb ist ja nur noch alleine. Der wird ja jetzt Ease. Der hat mal kurz gewreckt. Du kannst schon mal die Mitte gegenüber Brot halten. Genau. Ich glaube, der xx bei mygamer00xx. Ich wollte gerade sagen, der leftet gleich. Gut. Kann man jetzt machen. Was hast du denn gemacht? Ja, ich habe mich einfach über ihm zu seinem Bett gebaut. Alter, habe ich mich erschrocken. Das Bett snack ich mir natürlich noch trotzdem. Trotzdem noch. Ja, genau. Damit ich... Lahl. Ich finde Kerst ja eigentlich eine ganz... Wieso high? Warum hast du high geschrieben? Wieso? Okay. Ich denke, er hat einen Bogen, wenn er ein Eisenschwert hat, oder? Oder war er so klug, sich ein Eisenschwert ohne einen Bogen zu kaufen? Äh, ich glaube, letzteres. Kann man machen. Kann man natürlich auch sein lassen. Wenn die sich hochbauen, kann ich dir runterschießen, wenn du nicht den ganzen Bildschirm blockierst. Tue ich das? Naja, das ist im Bett, ja. Naja, du hast so ziemlich alle Schüssel von mir abgefangen. Ich weiß, du hast hier... Hä? Diese Schüssel kommen schon wieder aus dem Himmel. Oder von Grün, aber bei Grün ist keiner. Ne, von mir. Ja, aber die kommen so gerade runter hier auf den Blöcken. Ja, dann sieht das nur so aus. Das ist ja meine absolute Frechheit. Sowas kann ich nicht dulden. Oh, ich hab mich getroffen. Ich weiß, hab ich gehört. Soll ich dir mal richtig natzen? Loll, er stirbt einfach. Ja, das war leider der andere. Okay, habt ihr ein Bett? Ne, hast du nicht. Doch, hast du. Ja, ich hab mich erst ein paar Mal verbaut. Also falsch abgebaut. Aber am Ende dann... Hey, ich bin tot. Ey, ich bin tot. Ja, ja, guck mal her. Komm mal her. Das lässt sich jetzt auch aus. Oh, leil. Oh, leil. Ey, Tobi, sollen wir... Sollen wir Achievement Hunter aus der Folge machen? Hallo, komm doch hierher. Ja, ich komm doch. Ja, hier liegen Bogen und so für dich. Ach so, da bist du. Ne, ich meine in der Kiste. Aber der Runde ist in der Mitte. Und chill die Auto. Sollen wir Achievement Hunter aus der Folge machen irgendwas? Was kann man denn noch machen? Na, ne, ja, guck mal nach. Ne, kann man nichts machen. Eigentlich, man könnte nur sowas machen wie... Ähm... 50 Bögenschlüsse aushalten, aber das weht ja eh nichts. Oh, der hat ja noch immer ein Eisenschwert und so. Und ich hab keine Rüstung. Töte ihn. Gut. Sehr gut. Bist du noch da? Nein. Okay, das ist gut. Lass mich hin, bitte. Oh, er hat einen sogenannten Bow. Zack, guck dir diese Kombo an. Bam. Bam. Das ist... Ach so, ich dachte schon, du hättest ihn getötet. Ey, das wäre echt. Unsozial. Ahem. Mann. Ich geb's auf. Heute hat mich übrigens wieder einer erkannt auf der Lobby. In der Lobby. Also ich hab noch ne halbe Stunde. Ja, dann lass uns noch eine Runde hinten dranhängen. Okay. Ähm, meinst du jetzt so direkt? Ja, direkt. Dann geh in ne Runde. Geh in Antiko oder so. Tippis. Tippis ist hübsch. Ist hübsch. Mhm. Was ist denn hier mein Rekord? Wieso seh ich den nicht? Hm. Sieht man, glaub ich, nur am Rundenanfang, oder? Ich weiß es gar nicht. Maku hat das Spielbild getreten, den kennen wir noch. Den kennen wir tatsächlich. Ach, ich hab Nachjoy noch aktiviert, obwohl wir aufnehmen. Oh. Ja gut, ne? Kann man jetzt machen. Muss man aber nicht. Ähm, so. Dann werde ich dir jetzt auch produktiv mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja gut, komm, hau ihn raus. Ja, ich werde mich jetzt nämlich zu Geld bauen. Oder? Mitte. Mitte. Nimm die Mitte. Ich defende unsere Base. That's very good. Tippis haben wir auch schon lange nicht mehr gespielt, ne? Das letzte Mal, glaub ich, in der 100. Folge. Blaue Eye Watching You. Das ist wunderbares Englisch, wie es im Lehrbuch steht. Lehrbuch steht, richtig. Ähm, Geld baut sich zu uns, Tobi. Findest du das in Ordnung? Joa. Ne, ich hätte nicht den dir jetzt. Ja, das ist immer besser, wenn man das zu zweit macht. Jetzt fühlt er sich wieder so wie Kollege, wie der Boss. Aber in Wirklichkeit ist er tatsächlich ein kleiner Nap. Ja, okay. Bau dich hoch. Und kriegst du hier aus. Wenn es geht, bau dich hoch und kriegst du hier aus. Okay, ich komme. Ne, passt. Ja, ich weiß, aber ich komme trotzdem. Ja, ich schlag die nur. Ich schlag die runter. Durch, das bringt... Okay. Er leckt einfach... So, weg krieg ich ihn. Jetzt bin ich mal gespannt. Komm zurück. Yes. Hast du Blöcke? Oh, oh. Oh ja. Boah, ist schon komisch. Okay, jetzt schnell in die Mitte. Ah, fuck, da ist ein Team in der Mitte. Tobi, geh mal direkt zu Gelb und bau dich zu Orange. Guck mal, die bauen sich gerade in die Mitte. Und schreiten da, glaube ich, gut voran. Ähm. Also, wenn die... Also, wenn die... Und das mit unserer anderen Seite? Okay, macht erstmal nichts. Ne, die ist gerade, glaube ich, da in dem Kampf verwickelt. Ein Barry, ein... Ähm, beide Orangen sind in der Mitte. Also, wenn du jetzt... Okay, der kommt zurück, der eine. Beide kommen zurück. Pass auf. Ach, der hat mich bestimmt nicht gesehen. Ne, ne, das ist sehr unauffällig. Also, man muss schon sagen, doch, beide haben nicht gesehen, leider. Der eine wird sich jetzt einen Bogen gönnen, aber ich bau uns weiter in die Mitte. Alles klar. Aber vorher. Ähm. Ja, okay. Guck mal, er nennt dich Saibi. Das ist ein Codename. Alter, was geht denn hier? Wer den killen, scheißegal, ob er ein Abonnent ist oder so. Aua. Ja, das ist ja auch kein Grund, einen nicht zu killen. K.O. K.O. Das hat tatsächlich... Ja, er ist rüber gesprungen. Oh mein Gott, liegt hier viel Gold. Ja, Tom, ich bräuchte dich mal mit dem Bogen so langsam, ne? Ähm, ja, ich hole gerade für den Bogen Gold. Ach du Scheiße, es geht hier ab. Also, versuch, wenn es geht, den runter zu kicken. Ja, das ist der liebe Hub, Marco. Jo, ich gönne mir einen Bow. Sag mir mal, wenn der kommt, bitte. Äh, der kommt in die Mitte. Okay, vielleicht. Das ist aber nicht der Hub, Marco. Ich habe ihn aber trotzdem runtergeschossen. Oh mein Gott, was ein Skillschuss mit einem... Alter, ohne Witz. Und der hat geläftet. Aber der war echt cool, der Schuss, Tobi. Da muss ich eigentlich mal eine Zeitlupe reinpacken. Wird gemacht, wenn ich dran denke. Jetzt muss ich schon zwei Sachen nacharbeiten, weil ich schon bei zwei Sachen gesagt habe. Ich werde es nicht vergessen. Okay, ich werde kurz in die Mitte gehen und ein bisschen Gold für Eisenschwerter und Bögen kaufen. Nicht kaufen, sondern sammeln. Und du chattest da gerade ein bisschen mit ihm, ne? Warum auch nicht? What the fuck? Was macht ihr da? Nein, ich kann nicht mehr schrinden. Tobi, bist du noch da? Machst du einen Arsch. Okay, sehr gut. Ähm, ich hole mir jetzt... Du kannst dir auch noch einen Bogen gönnen. Oh Marco, ich hasse dich. Ja, gib mir den Bogen. Ja, du kannst dir den selbst kaufen. Alter, gib doch jetzt bitte. Hier, so weit bin ich noch nicht gekommen. Gib mir den jetzt. Also Tom, das gibt Krieg. Also ich glaube, es hackt so weit, sind wir noch nicht tatsächlich. So, ich werde jetzt mal Hohmann... 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 Der hat schon so einen Scheißnamen, ne? Bitte, Torben, sterben. Bitte. Schade. Ähm, ich hatte einfach den Neküpf-Vorteil. Sonst hätte er mich tatsächlich, glaube ich, bekommen. Also, ich weiß nicht, warum er mir so viele Leben abgezogen hat. Obwohl die Schläge eigentlich ausgeglichen waren. Aber gut. Ja, shit happens. Shit happens. Da hast du recht. Höchstwahrscheinlich wird jetzt nämlich dein Bett kaputt gehen, weil der Babo am Werke ist. Was meinst du? Ich bin noch bei uns in der Basetorm. Das war ja echt amüsant, Tobi. Das war ja richtig lustig. Ey. Ich habe mich gerade erst mal verlaufen. In so einem Scheiß-Tippie habe ich mich verlaufen wie... Hallo? Danke. Okay, so. Gewonnen. Unsichtbar. Hex. Oh, Leute. Ich habe mir noch genau in dem Moment sein Bett kaputt gemacht. Tut mir leid, Humarco. Ach ja, wir sind blau, ne? Küsschen an dich. Hm. Ja. Blau. Wir müssen ja jetzt weiterziehen. Achso, du bist in der Mitte. Okay. Moment, wir hatten noch ein Bett. Nur noch grün. Dann werde ich mich jetzt zu schwarz bauen und von schwarz zu grün gehen. Hey lol, die Runde war ease. Oh, ja. Ich habe den grünen Matrisi. Die Runde war richtig schön. Äh, tschüss. Richtig schön. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich glaube, er ist nicht wie ich. Hä? Er hat mich ausgetriegst. So. Oh mein Gott. Er hat mich einfach richtig verarscht, ja? Meine Damen und Herren. Er ist ein Chiller. Und Tobi, ein Schwarzer kommt jetzt zu Orange. Ne, doch nicht. Ich habe ihn. Ach, ein Grüner. Ne, ich habe ihn aber schon. Alles gut. Ich habe beide getriegt. Uh, hier war einfach mal so ein. Oh Gott. Warte bitte auf mich, Torben. Ja, sie wollen. Wie, das wäre unfair. Nee, das wäre unfair, wenn du auf mich wartest. Weil ich Humarco aufgehalten habe. What the fuck? Was ist das denn jetzt für eine Begründung? Ja, scheißegal. Das lasse ich aber mal nicht gelten hier. Ach, ich habe ihn im Leben abgezogen. Alter, du bist so ein Penner. Bau dich da runter, ne? Ich schwör's dir. Das schaffst du denn. Achso, du bist hinter mir. Oh Gott. Ah, wird ja jetzt kurz tricky. Ah, da kommt der dicke Sprung aus irgendwo in nirgendwo. Okay, willst du das bei der Bahn? Dann töte ich die. Nö. Lass dich mal so aufmachen. Ähm, hast du dann Spielen? Hast du dann Bock Spinnenweben zu kaufen? Lass mir die auch mal. Ja, okay, dann mach ich Spinnenweben. Sollen wir die wieder zum Rage-Gritten bringen? Ja, klar. Okay. Lass dich die schon mal los. Sprache kassieren. Perfekt. Perfekt. Wunderbar. Ähm, ich finde wir sollten die mit Kisten einbauen noch. Warte, ich hole Kisten. Ich gönne mir mal eben, ne? So. Soll ich 59 Kisten holen oder 30 reichen auch erstmal, ne? Für den Anfang. Pass auf, einmal bitte da, da gerade weggehen, Tobi. Da bin ich dir sehr dankbar. Genau, perfekt. Guck mal, wie siehst du er noch schlecht? Er ist noch da. Ja, richtig traurig. Ich muss hier gerade ein bisschen aufpassen, wenn ich dahinter so tricky stehe. Damit die mich nicht hier runterhitten. Aber ich glaube, die sind ganz nett. Sind beide cool drauf. Ach komm, mach doch mal den Platz frei da. Ich muss doch einmal hinter euch den Block abbauen. So, dann muss ich jetzt hier noch einmal Kisten hinsetzen. Ja, ist ja traumhaft. Jetzt gehst du da rein. Gut, kann man machen, Tobi. Das ist die kleine Arena hier, guck mal. Oh, dickes Battle. Okay. Ja, was macht der Tor? Was kann man sich denn im Shop so chilliges kaufen? Es gibt hier zum Beispiel eins gegen eins. Es gibt hier... Ne, Tobi, ich habe eine bessere Idee. Komm mal wieder raus. Oh, ich habe einen rausgeschlagen. Oh, oh. Ich bitte dich. So nicht. Komm schon einmal kurz raus. Die kämpfen gar nicht gegen dich. Oh nein, ich glaube, Tobis Internet ist abgeschmiert irgendwie. Das war so klar. Okay, Tom, dann mach jetzt Ende. Okay, mach ich. Ich will die jetzt noch einmal anzünden. Okay, jetzt höre ich nämlich noch das liebliche Brennen im Hintergrund. Oh mein Gott, das war brennend Interception. Okay, er hat sich so geopfert. Den anderen will ich aber durch Anzünden töten. Ich glaube, das fände ich sehr amüsant. Okay, er ist an Anzünden gestorben. Ja, Leute. Da würde ich mal sagen, GG. Tobi ist jetzt komplett weg. Egal, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Abonniert, um nichts dazu zu verpassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao.